Ich habe jetzt damit wieder gerechnet. Irgendwie war das bei mir anders und kurz gespeichert, aber stimmt ja. Aber, nee, dann war es doch richtig abgespeichert, aber ich habe es unter der falschen Kategorie. Nicht unter den Schuh, sondern tatsächlich kriegen wir jetzt Rico. So, also jetzt in den nächsten Minuten gedöhnen sind. So, ja. Die deutsche Übersetzung war bei ihm jetzt gerade ein bisschen wieder... Dann war die englische Sprache definitiv besser. Dankeschön. Ähm, Doppelschwerden. Haben wir noch nicht, ne? Ja, gut. Wechselspieler haben noch Schlangenkorb. Ich glaube zumindest, dass wir Wechselspieler haben. So, wie sieht es aus mit dem Schlangenkorb? Und nein, ich habe nicht vergessen, dass wir noch ein paar Sachen bekommen haben. Das mache ich auch noch rein. Dann haben wir noch ein Silberring, Emerald Wappen und Giftband. Okay. Dann, 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 dann Nee. Okay. Jetzt hab ich gar nicht geguckt, den Wechselspieler, aber ich glaub, den haben wir, ne? Komm. Oh, 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 oh. Ich hätte zwar schon in den Verkauf gehen können, weil, ne, ja, aber egal. Die Musik passt ja. Ist ja nicht ganz so schlecht. So, und wo ist der Wechselspieler? Da, es wird mehrfach zum Verkaufen, bla bla bla. Okay. Ausrüstung. Verkauf. Dann wollen wir einmal Belladonna verkaufen. Und ich muss echt mal wieder die Ausrüstung ändern. Ich hab immer noch die von vor wie vielen Folgen drin? Wird langsam mal wieder Zeit, ne? So, genau. Ah, ne, das war einmal Halberd und einmal Halberd. Okay. Ist aber auch ein Halberd. Es tut allgemein, dass das so weit auseinander ist. Sachen, die zusammengehören, bitte zusammenpacken. Dankeschön. So, genau. Dafür sortier ich sie ja. Was haben wir hier noch? Nichts. Gut. Dankeschön. Ich bin gerade am überlegen, gibt es hier irgendwie einen Speicherpunkt? No. Aww. You been on one of these? Well, just once. Ten years ago, with Kimari. No. Schoop-off shook. Yuna fall in water. Schoop-off scoop up Yuna with long nose. Yuna jump in three more times for fun. Haha. Kimari worried. Obseous. Whoops. Whoops. Awww, das ist doch süß. Aber er hat einen Punkt. Also, was? Wir lassen ihn einfach hinterher? Hey, ich habe das nicht gesagt. Es ist kein guter. Wir müssen einen anderen Weg finden. Wir finden einen Fohr, wo wir mit dem Fuß crossen. Ja, Kapitän, Herr. Aber das wird dauern. Wo es eine Wille gibt, es ist eine Weg. Oh, Mann. Das ist unser Kapitän. Ich habe schon wieder nicht auf die Uhrzeit geachtet. Es tut mir leid. Ich habe gedacht, ich hätte noch ein bisschen, bis zum Speichern. Wo es eine Wille gibt, es ist eine Weg. Diese Worte haben mit mir gehalten. Ich wundere, wie der Kapitän Lucille macht. Einmal kurz aufmachen. Äh, ja. Ich werde danach noch mit allen reden. Keine Sorge, aber ich mache jetzt noch mal eine kurze Pause. Uiuiuiuiuiui. Und dann geht es weiter. Eieieiei. So. Dann bis, äh... Nein, eigentlich für euch bis gleich. Für mich ist es ein bisschen länger, aber hey. Bis gleich? Später? Nächste Aufnahme? Keine Ahnung. Ich weiß wirklich, wie ich das zusammenschneiden werde. Eieieieiei. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich davor gemacht habe. Ich bin jetzt eigentlich gerade mitten in der Aufnahme von Essence & Screek gewesen. Und habe eine Pause gemacht. Und habe gedacht, oh ja, jetzt mal wieder rein. Update. Und da man im Internet momentan so... ...wirb gegen langsam ist. Sagt es, vor morgen ist es nicht fertig. Naja... Dann eben Final Fantasy. Ich habe es jetzt wieder gefühlt ewig nicht gespielt. Obwohl ich eigentlich komplett gehypt bin. Und ich liebe das Spiel auch, aber es kam halt so viel noch dazwischen, was halt auch geil ist. Äh, ja. Beinah vergessen den Timer zu stellen. Ja. Profibutschig. Riding a shoepuff isn't that much fun. How little you know? Some things little boys never grow out of. Hi! Oder? Cool. Nach dem Turnier von Luca wollte ich gleich zurück nach Bebel. Doch die Bürgerwehr hatte die Straße abgeriegelt und ich saß fest. Awww. Hi! Äh. Redest du mit mir? Willkommen verehrter Herr. Sie haben eine gute Wahl getroffen. Wenn Sie bei uns einkaufen, sind Sie alle problemlos. Fuck. Ich kann einkaufen. Na gut. Wissensdurst und Flammenschwert. Das ist doch mal wieder sowas super zum Reinkommen. Eisbombe, Zwillingslanze und Mondfinsternis. Eisbombe, Zwillingslanze und Mondfinsternis. Eisbombe, Zwillingslanze und Mondfinsternis. Eisbombe, Zwillingslanze und Mondfinsternis. Eisbombe, Zwillingslanze und Mondfinsternis haben wir es. Nein. Und die Zwillingslanze. Okay. Äh. Dings brauche ich nicht gucken. Ähm. Ja. Ich komme nicht wieder. Sorry. Aber das ist ein lineares Spiel. Ähm. Okay. Okay. Wenigstens die Steuerung habe ich noch einigermaßen drauf. Obwohl, so schwer ist die zum Glück hier nicht. Äh. Ja. Wie gesagt, das ist jetzt nochmal zwischengeschoben. Da ich auch so viel aufgenommen hatte. Eine Schuhgondel ist ziemlich klein. Es dauert immer, bis man mitfahren kann. Aber ein Medium hat natürlich Priorität. Es muss ja auch schnell nach sein, erkennt. Hallo, alter Oma. Also, würdest du ein bisschen über den wunderschönen Schuhpuffen hören? Ja? Sehr gut. Jetzt hier wieder ein anderes Spiel. Äh. Über den lebenden Zyklus der Schuhpuffen. Beispielsweise Butter. Ich nur essen. Okay. Dann ernähren sie sich wahrscheinlich von Kleinstzielen im Wasser. Bestimmt. Hm. Und dann sagt er, man wisse nichts, obwohl man es doch weiß. Hallöchen. Oh, süßer. Du hast viel Glück. Ach, echt? Wir haben Sonderangebote ohne Ende. Ich kann dir einen Batzen Rabatte geben. Dann gucken wir uns nochmal die Ausrüstung an. Bitte habt nicht dasselbe. Okay, sie hat nicht dasselbe. Ich war noch mit einem Satz. Äh. Blindenstock. Käse. Schiff und Tod. Käse. Und Kraftlanze. Blitzlanze. Also. Was war das nochmal? Das war alles blinden. Gedöns. Stefan Luna. Habe ich nicht, ne? Blindenstock. Habe ich nicht, ne? Blindenstock. Habe ich nicht. Kraft und Blitz. Kraft und Blitz. Kraft und Blitz. Kraft und Blitz. Äh. Kraft. Blitz. Kraft und Blitz. Kraft und Blitz. Blitz. Blitzlanze haben wir. Wo ist sie? Kraft? Haben wir nicht? Haben wir noch? Okay. Hier. Ja, die will ich unbedingt haben. Ähm. Wir haben ja noch 18.417. Also. Uff. Es wird schwierig, wenn ich einen von denen habe, ne? Also. Tod und Gift. Tod und Gift. Tod und Gift. Ich muss dringend wieder aufleveln. Ja, dringend. Aber nicht wegen des Auflevelns an sich, sondern, äh, wegen... Guild. Ich habe selber gesagt, wir haben eigentlich meistens ab einem gewissen Zeitpunkt, äh... Oh ja. Ich brauche beide, ne? Ja. Zarte mal kurz. Ich komme gleich wie... Fuck. Wieder. Hatte ich doch vorhin schon gemacht. Warum waren die Platten so weit unten? Ja, ja. Ich weiß. Ich gucke nochmal durch. Ich gucke nochmal durch. Ob ich irgendwas, ähm, doppelt haben sollte. Vom vorherigen noch. Nicht vom Einkauf eben gerade. Aber ich habe ja zwischendurch, glaube ich, nicht verkauft. Dann könnte es ja sein, dass ich irgendwas doppelt gesammelt habe. Ich weiß es nicht. Es ist wie gesagt schon eeeeeetwas länger her. Ja. Ich habe zwischendurch nochmal ein paar andere gespielt. Äh, ja. Waaah, das sieht nicht so aus, ne? Ne. Das sieht halt überhaupt nicht so aus. Okay. Ich kaufe mir erstmal die Käse dann tot. Und kann dann auf Käse... Käse... Entgift drauf... ...zusteuern. Ja, ich brauche, äh, Geld. Ganz, ganz... ...trickend. Kann ich hier nicht was verkaufen? Ich gucke mal, was ich dafür bekomme. Also nicht nur die Spie-Europäse, die verkaufe ich überhaupt nicht. Also zumindest nicht dieses Level... ...gedü... Verdammt. Jaaa, ich brauche eigentlich ins andere Menü. Jaaa, wird es nicht so viel labern? Wäre das auch kein Problem. So. Potion. Wievie krieg ich dafür? Zu wenig. Hab ich doch selber gekauft, ne? Wievie krieg ich dafür? Ne. Alles, was ich halt selber kaufen kann, krieg ich nichts für, ne? Ja. Ui, ich komm gleich nochmal wieder. Ja, ja. Das ist jetzt halt so... Ach, come on. Hier nicht vielleicht noch ne Truhe? Ich will noch nicht los, das ist es nicht. Ah, mit denen krieg ich auch gleich nochmal. Kann ich nochmal zurück? Ja, ich konnte... Oh, sieht das nice aus. Sind hier keine Monster? Darf ich nur mal hier lang, oder werde ich zurück... Ah, das ist der falsche Weg! Oh, jetzt sag ich nicht, ich hab mir die Chance vertan. Ich treff gar nicht mehr auf Monster. Da. Oder war es nur die Strecke? Oh Gott sei Dank, ich war schon... Und jetzt hat mich erschreckt. Eieieiei. Ähm, ja. Ich schwören. Keine Frage. Obwohl ich hätte auch dies nehmen können. Feuerkacke. Ah! Ah! Oh gut. Was ich hier aufnehmen könnte. Ich bin so raus gerade. Eigentlich wollte ich ja auch SSS Creed Odyssey aufnehmen. Wenn nicht das Update gewesen wäre. Und es war halt schon mit ihm gegangen und dann wollte ich das jetzt auch nicht abbrechen. Deswegen... Ja. Who cares, ne? Ein paar Folgen hier brauche ich ja auch. Ich wollte sowieso weitermachen. Das ist ja sowieso ein längerlebiges Projekt, was ich immer wieder so ein bisschen... Ja... So ein bisschen beiseitig da. Und dann wieder weiter aufgenommen und so. Zwischendurch-Projekt halt. Glaube ich schon. Aber es ist halt steuerungstechnisch nicht so... wie jetzt andere Titel in dem Bereich, wo ich mich da halt verhaspeln könnte. Ich muss mal hier das Beispiel nehmen. Hm. Keine Ahnung. Metro Exodus. Also zwischen SSS Creed Metro Exodus Spider-Man und... Tomb Raider nehmen wir noch dazu. Ne? Die sind von der Steuerung dann doch schon, ähm... Ja. Spezieller. Als hier einfach mal nur mal ein paar Tasten zu drücken. Ist nur... Eigentlich ist es jetzt halt X. Ein bisschen rumzulaufen, ne? Ich brauche jetzt nicht Schultertasten so großartig. Oder muss ich irgendwie Kombinationen eingeben, ausreichen oder so, ne? Ja. Ist halt was Chilliges für zwischendurch, ne? Was soll ich dazu sagen? Ach, ich bin hier ja nochmal. Dabei ist eigentlich gar nicht auch irre, ich hier trainiere. Das ist jetzt nur, weil ich gelabert habe. Ups. Ich habe mir grad schon so komisch vor. Hm. Irgendwas ist anders zu uns. Aber ich wollte halt noch ein bisschen was loswerden. Aber ich glaube, nach dem Kampf hier werde ich erstmal kurz wieder rausgehen. Werde trainieren. Und dann sehen wir uns vorne, glaube ich, wieder. Was ist ja auch langweilig für mich die ganze Zeit, dass ich mich immer habe. Ich habe ja eigentlich geplant, ich habe das Kost. Und werde vergessen. Das ist der... was passiert, wenn man, ähm, ein anderes Stück geht. Genau sowas. Man kommt vollkommen raus. Oh, man weiß gar nicht mehr, wie man da alles angegangen ist. Ich weiß gar nicht, über eine Woche. Zwei Wochen, drei Wochen, ich weiß es echt nicht. Weil ich ja auch kurzzeitig eine Woche weg gewesen bin und habe ja, ähm, hier, auf die Katze aufgepasst. Die dann ja doch nicht überlebt hat. Ja, bin ich ja extra zu meinen Eltern gefahren, auch eine Woche, ne? Das fühlt ewig her. Na, wie gesagt, wir sehen uns gleich, während ich dann da geskillt und ein bisschen da Geld gesammelt habe. Gleich wieder. So, da bin ich wieder. Muss ich wieder lauter machen. Ja. Ähm, und zwar, wie man sieht, habe ich ein bisschen Geld gesammelt, um gleich die Dings zu holen. Ich habe mich schon aufgelevelt hier schön. Ähm, ja. Mehr hatte ich eigentlich nicht vorgehabt. Hat uns jetzt nicht so lange eigentlich gedauert. Dauer. Ja. Bäh. Kann ich nur reden. Ähm. Ja. War wie gesagt ganz easy. Eine Stunde oder so. Ne, halbe Stunde. Ungefähr, gefühlt. Ja. Also schon mal war ich nicht das Geld zusammen zu bekommen, weil wir müssen nicht drüber. Es war halt wirklich, dass ich alle aufs 3 haben wollte, was ich mir jetzt wieder umsieden habe. Sehr nice. Und ich habe saubere Pästchen. Und ich habe saubere Pästchen. Und ich habe saubere Pästchen. Kaninchen können durch ein saubere Pästchen. Und ich habe saubere Pästchen. Ja, das war so eigentlich nicht gefahren. Ich wollte eigentlich nicht vorne gehen. So und dann. Egal. Eko. Die Musik. Trotzdem. Ich liebe die Musik einfach, ich weiß nicht wieso aber generell dieses Feeling bei der Musik ist einfach nur so einfach krass. Wie viele Erinnerungen es einfach auch mit sich bringt und in sich bürgt. Es ist genau wie bei ich die 8 Bit Musik von Pokémon höre. Es ist so Nostalgie. Und ich liebe einfach diesen 8-bit Sound. Das muss ja nicht mal Pokémon sein. Ich mag generell dieses 8-bit ist sowas von meins. Du kannst für mich alles in 8-bit machen, ich würd's feiern. So, haben wir schon mit dem Leben gehabt. Das stimmt. Jaja, ich glaub wir hätten sie schon angesprochen gehabt und er sagt auch nicht viel. Ich werd nochmal speichern gehen. Einfach um so ein bisschen, ne? Safe... Ach! Deswegen safe sein. Ähm, Items? Automatisch. Kann man sich nicht so leicht verkaufen. Weil wir haben ja irgendwas gefunden. Ja, Sonderangebauter. Ich möchte sehen aus Rüstung und ich möchte kaufen... Das ist ein Gift. Ja, nicht gleich ausrüsten. Ähm, ja. Guck mal doch mal. Ja, hier guck. Und wieder ein Stück kaufen. Gleich weg. Überflüssiger Ballast muss weg. Es nimmt einem einfach nur Platz weg, wo dann was anderes hin soll. Ah, das wird noch so schwierig. Ich hab das noch soo schwierig in Erinnerung, weil man irgendwann halt wirklich keinen Platz hat. Aus diversen Gründen. Ich hatte einfach nicht richtig, ähm, das schon getrainiert. Ich weiß nicht mehr, wie dieser Platzaufbau hier ist. Ich hab ihn da nie durchgestiegen, ob der mit der Zeit größer wird. Oder ob der halt generell so bleibt. Also, dass man die ganze Zeit mit diesem einen... Ich weiß es nicht. Dann werde ich wahrscheinlich sowas wie... Reif. Oder Ring. Wenn ich das einfache werde ich einfach wegpacken. Dann weiß ich auch nicht so viel, ne? Mal gucken. Einfach diese Low-Dinger. Aber... Ich weiß es noch nicht. Wenn's... Wenn's soweit ist, ähm, sieht man's ja. Also, was hier werde ich halt behalten, ne? Hier Todesschlag einfach. Aber ich glaub, das funktioniert nur, wenn man, ähm, sie so angreifen lässt, ne? Nicht mit Magie. Hier so Demokri würde ich zum Beispiel wegpacken dann. Ach, ich bin mir halt nicht mehr sicher. Ich müsste das mal googeln. Ich hab das als... Als Kind bin ich da schon nicht durchgestiegen. Wie das mit dem Inventar ist. Ja, ich verlasse die schon wieder. Ob das mit der Zeit größer... Also, ob das hier mit der Zeit, ähm, dieser Platz hier, diese Bereiche hier... Diese... Ich weiß nicht, wie's nennen soll. Äh, ob da immer dann einer mehr hier von diesen Dingern hier kommt. Und man dann wieder was hinpacken kann. Oder... Ob das generell heißt, okay, du kriegst jetzt... Du hast jetzt... Keine Ahnung... 50 Platz. Kannst 50 Sachen... Also 50 Dinger hier mit dir tragen. Und, äh... Lange Schluss? Ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht mal, wie ich auf 50 komme. Ja, einfach nur irgendeine Zeit in den Raum geschnitten. Ist einfach... Eigentlich das Einzige, was ich meine... Oh, ja. Guck, und hier ist Schluss. Ich hab noch Platz für... 1, 2, 3, 4, 5, 6... So, ist dann... Ja, ich glaub dann ist generell Schluss. Aber kommt hier denn noch was dazu, wenn ich... Keine Ahnung... ...fortgeschritten bin? Was? Das würde ich gerne wissen. Oder hat man generell nur diesen Platz, der da ist, zur Verfügung hat? Hm. Die Fahrt mit dem Schnuck kostet nichts. Sie wird vom Ohren finanziert. Stimmt, ich wollte ja noch speichern, ne? Hab gar nicht gemacht! Auch wenn ihr da nur einen Black Screen habt. Nicht wie bei Assassin's Creed, wo man so schön sehen kann, dass man gespeichert. So, ich versuch mich mal kurz zu halten. So kurz wie es geht. Einmal speichern. Dankeschön. So. So. Ich weiß nicht, war Oral... Irgendeiner von denen war ein Trigger. Kaufen? Oh nein. Oh nein! Okay. Blindschild. Man sieht das glaube ich schon. Ich hab kein Blindschild, ne? Hm. Ich hab nicht. Geweihten Ring? Aber den müsste ich eigentlich haben. Den gewohnten Ring. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht! Wieso kann ich's nicht einfach lassen? Oh nein, sag ich nicht. Ich hab diesen blöden geweihten Ring nicht. Ja, ich hab ihn nicht. Notschutz-Sturmwappen. 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 Ich glaub das sind einmal, ähm, Walker und... Nein, hab ich nicht. Nein, hab ich nicht. Und der Sturmwappen? Bitte sagt mir, dass ich den Sturmwappen schon hab. Hm, nein. Verdammt. Steinreif und Blowsbund. Steinreif, Blowsbund. Steinreif, Blowsbund. Steinreif, Blowsbund. Steinreif, Blowsbund. Steinreif, Blowsbund. Steinreif, Blowsbund. Oren und Kimari. Ähm. Glaub ich. Ja, hier. Rotes Band. Das Blaue Band nicht, ne? Ich hasse nicht. Und den Steinreif wahrscheinlich auch nicht, ne? Ich hab heute so pech. Nicht genug Jill. Äh. Ich hätte doch noch ein bisschen länger. Ja. Kurz speichern wieder. Ich glaub, ich hab die damals auch gar nicht angesprochen. Ich wusste nicht, dass da noch so... Warum sind hier so viele Shops, wenn man so keinen anderen so wenig Platz hat? Die gehen, glaub ich, nicht davon aus, dass man alles behält. Sondern, dass man stärkste und besten Sachen bei sich behält und ich... halt alles. Wow. Ich glaub, ich bin sonderbar. Häh. Häh. Ja. Lass ich mal so. Ne, warte. Luna. Also einfach im Grunde, wenn nur Küsschen kommt, will ich sie gleich dann rufen können. Titus so aus dem Rennen schicken. Ähm. Ja. Ich werd's wieder wie eben machen. Nur ohne, dass ich da irgendwie drauf achte, sondern einfach nur mit Geld. Also... Ähm. Ne, das wollt ich nicht. Bis gleich. Ich bin zurück. Und, äh, ja. Nicht auf 10 gelevelt, aber... Geht, ne? 23.000 Stück. Passt schon. Boah. Irgendwie eine Stunde. Einfach um nicht aufzunehmen. Ja, das bin ich mir so ein bisschen... Aber ich hab's mir ausgesucht, also von daher... Ich hätt's ja auch aufnehmen können, aber... Really? So langatmig bin ich dann auch wieder nicht. Aber ich hab vergessen, welche ich mir schon gekauft hab, ne? Ne, warte mal. Felsschutz, Blindreifen, weißes Band wollte ich mir kaufen. Ne? Genau. Fiel mir grad wieder ein. Also, hab ich mir den hier. Es fehlt mir halt wirklich, dass da links nicht steht, ob man den schon einmal hat oder nicht. So. Hä, ich hab doch... Ach, ich glaub, jetzt ist mein Links erreicht, ne? Ich hab doch ein Limit, ne? Hm. Ich geh nochmal raus. Ich werde jetzt hier die Ausrüstung... ...richtig, äh, sortieren. ...den Typen ansprechen. Oh, verdammt. Und ich hab noch gedacht, ja, hier, ne? Kommt doch nicht. Oh, das ist doch kein... ...dings gibt. So. Das ist dann das Gift-Schild, was wir hatten. Mensch, das brauchen wir nicht. Dass es doch kein Limit geben könnte. Ich denke, es ist doch auf einmal hier, halt. Oh, okay. Aber hab ich das doch richtig in Erinnerung gehabt, oder so... Ah, Limit. Hier ist voll oben. Ich hatte die Pupfen. Ich hatte die Pupfen. Ich hatte die Pupfen. Das war der... ...Warsow-Ring. Den hat man doch nicht gekauft, ne? Ja. Hier noch. Aufwächsen. Und das war... Ich muss mal ein bisschen näher ran zoomen. Das weiße Band. Mhm. Okay. Ich hätte trotzdem gerne ein bisschen mehr... ...Platz. Ne? Ich mein, man kann's jetzt nicht mit nem... Keine Ahnung. Gibt's denn noch einen Platzmangel? Resident Evil zum Beispiel vergleichen? Aber... Ich find sowas schräcklich. Platzmangel in Spielen. Das ist... Das ist echt die größte Beschränkung, die man machen kann. Vor allem, wenn's dann niemanden gibt, der alles sammeln will. So, das war der... ...Lead-Preis, den ich nicht gekauft hab, weil ich den... Doch, ich hab ihn gekauft, ne? Ja, okay. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Ähm... Wenn man nicht nochmal drüber guckt. Waaaat? Warum mach ich den so auf? Was ist denn los mit dir? Wut? Trotzdem hätte ich hier halt gern schon, ähm... Und zwar der Dingsschutz, ne? Der... ...Fels... äh... Schon... Hatte ich den? Nicht die Haut gerade? Da unten. Halt wie gesagt. Halt schon cool. Hier halt, unendlich. Das war dieses... ...Emerald-Bump, den wir ja sowieso schon hatten, deswegen braucht ihr den hier nichts kaufen. Wie ehrgellig! Egal. Geld ist jetzt momentan nicht wichtig. So. Zumindest nicht in-game. Einmal noch in-game. Ja. Ah, eine Geschichte? Jecht sah ihn ersten Shoe puff hier. Verzweifel. Er sah seine Schlatt und es blanfen. W-Why? Er war krank. Er dachte, es war ein Fiend. Ah... Bruder. Wir haben alles, was wir hatten, um eine Disfohilung. Jecht, nie wieder trank mal. Okay. Das ist doch mal eine tolle Geschichte, dass er aufgehört hat zu trinken, was der Fuhr eigentlich geschafft hat. Wie wir ja auch in der Erinnerung von Tidus das mitbekommen haben, dass er gesagt hat, oh ja, ich kann jederzeit mit dem Trinken aufhören. Oh, was ist denn nicht ernst? Ja, so, das war's dann, ne? Wir können los. Wir können los. Wir können weiter. Ich kann euch was zeigen. Ja, los geht's. Los geht's. Mit einer billigen Inviter-Zug. Los geht's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017